Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge, genauer gesagt der 103. Folge von MCLPT Si, si, Signore, let's play Minecraft together, Folge 300, äh 103 so Genau, Folge 300 So, ähm, ich geh erstmal in die Richtung, denn hier sind, äh, zwei Olafs Zwei Olafs Olafs Ah, Spider-Man-Netz Kann sein, dass das hier ein ganz, ganz komisches Dungeon ist, dass wir irgendwie ganz schön tief sind oder so Wieso? Keine Ahnung, irgendwie kommt mir zuvor Keine Ahnung, kann ich Ihnen sagen, ich nehme die Schienen auf jeden Fall mit Naja, die können wir gut gebrauchen Oh Oh, ich hab jetzt mal die Mini-Map ein bisschen verändert Ja, ich find irgendwie Eisen ist der wichtigste Rohstoff Kannst du mir, gut, Kohle auch, aber, äh, trotzdem irgendwie Ich muss gerade, oh, 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 oh Oh, das ist ein Mini-Zummy Das ist nicht gut die Viecher Na, ich hasse dir aber die, die klemmt sich immer hier zwischen den Sachen an, das ist geil dann kannst du nicht richtig schön und schnell weg bolzen ich nehme auch mal ein paar schädchen mit mir ja das ist gar nicht mal so verkehrt mit schwert echt ich suche gerade in den ganzen nachbar caves hier irgendwie nach natur aber man sie findet sich irgendwas ich habe was gefunden ja warte kurz komme ich habe eine truhe gefunden da ist melonenkerne melonenkerne und eisenspitzhacke okay warte ich komme sofort zu dir ja ich bin rechts und jetzt genau hoch 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 musst du dahin okay ich könnte fast man es werden ändern wenn es vorne hier hinten da ich habe die schon willst haben auch da am besten direkt in die kiste bringen ja lass es mal bei dir na ich habe eben nicht mehr viel platz ja ich hätte es nicht wirklich vor gehabt für jede einzelne kleinigkeit daher zur kiste zu rennen oha das ist ja ewig kein kommand an ja eben deswegen wir müssen mal leer machen kommen bitte mit da finden wir gleich ähnlich wieder zurück seit wenn man die schienen hiermit ja okay aber sei bloß vernünftig ich bin ich doch immer ich weiß ich weiß nämlich wo wir lang müssen nein ich mir runtergefallen ist ein Enderman der guck ihn einfach nicht an der macht nix habe ich nicht vor weil der guckt mich an es ist nicht nur so lange nicht so kommt es nicht nur so was ich musste doch die knurden meine kündigern der guck du nicht an aber ich bin ich getan sicher ja mal hier hin mit so lang hat man ja hoben ja ich frage noch mal vorsichtiger um so ist die kiste schon fast voll zwei eisenstacks zwei eisenstacks drei gold ich wollte schon wieder weiter ja komm mal kurz mit hier ich gebe dir was sagt ich habe ich habe ich habe egal jetzt dass du doppelt 3 so das holz brauchen wir hier holz um er braucht es nicht dann nämlich das mit er nimmt es nur Platz um nur stimmig Prozent obwohl er doch nirgendwo mit er war kurz bitte ich bin schon mit da oder ändern Prozent was soll ich machen nachher Prozent d t c3 ich habe noch eine kiste gefunden ich komme ja dann bringen die auch direkt wieder alles zurück Lapis 3 Brot und ein Sattel Sattel sind geil für mich also das für die Musik Gott ich weiß ich bin falsch gelaufen oh der Ende guck mich an jetzt bin ich richtig hoffentlich ja da ist richtig ähm na in der mann wo bist du ich hab jetzt extra hier stehen weil hier können wir nix aber nicht wundern leute währenddessen schreibe ich mal kurz mein WhatsApp zurück ähm 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 oh oh Creeper ist der explodiert ja der Creeper aber ja der Enderman äh äh blöd nicht nee das ist schon klar wo sind wir ja weil ich nicht würde ich habe keinen bock mehr auf mich wahrscheinlich so ich will das jetzt dritte oder vierte was denn vierte aufnahme folge 100 hatte ich hab du wie oft hast du jetzt schon begrüßt das zweimal zweimal einmal die dritte aber die dritte jetzt warte warte so leicht wahrscheinlich an anderen kann es mal sehen ich glaube da ist nicht viel ne das gar nichts gemacht machen wir schon wieder auf die socken folge 100 hat sich irgendwie gewinnt sei froh dass wir auf easy spielen warte komm mal mit hier hoch ja der enderman teleportiert sich gerade hinter mir her hinter mir auch ich habe eine kiste gefunden neuen eisen ein brot und melongärme hunders tut gleich wieder immer der ausleben satse ja dann macht das mal ich weiß nicht wo ich hin muss ich habe hier so einen großen raum gefunden wo nichts ist ja ich bin da leute konnte mich hin egal lasst immer irgendwie oder ob es gelöst wird der koring ist um womit reflexe von der katze die ist das schwarze schwarze ach das ist schwarze schwarze dinge drauf gegangen ist er ist nix mehr boah scheiße alter ich werde krank oder ich glaube auch ja ganz toll hört sich so an super hier ein skelett sonst ist ja soweit ich das sehe nicht viel wiederholt sich irgendwie alles nur ein so ein bisschen ja boah scheiße ist da oh 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 Meine Nase, Alter Sorry, Leute, wenn ich euch damit jetzt übelst abfacke Toll, ey, das passt mir jetzt gar nicht krank werden Oh, ich erschrecke mich immer vor die Oh, da ist eine Truhe Oh, hier unten Ich hab die gerade abgebaut Bau die doch mal ab, die Chloren und sowas Sind so wichtig Ja, dafür habe ich dich Nein, Spaß Ähm, wo geht's hier weiter Ich geh jetzt hier hoch Ah, hier unten ist auch noch mehr Kann man da wirklich? Nee Oh, hier unten ist noch was Oh, hier ist ne Truhe Wo? Einfach verzaubertes Buch Was du verliessst? Melonen Schusssicher 4 Und Effizienz 3 Melonenkerne und zwei Diamanten. Zwei Dias? Mhm. Komm sofort zu mir. An die Truhe. Dann hatte ich gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Nee. Das war's. Ich bring die Dingsdreck mit. Ja, dann zeig mir mal den Weg nochmal. Ähm. Na. Wo bist du nun? Irgendwo noch hier unten. Ah, ich seh dich. Okay, warte. Ich guck mal, ob ich hier noch was... Oh ja, bis auf den Creeper. So, geh wieder weg, geh wieder weg. Ist tot. Okay. Du beleuchtest aber auch gar nichts, oder? Nee, so weit war ich auch noch nicht hier unten. Egal, komm mit, wir hast zwei Dias. Komm mit. Ja, dann geh ich hier lang. Wann? Ja, du gehst da lang, toll, dann weiß ich, wo du bist. Ich weiß gerade selber nicht, wo ich bin. Ja, super. Oh, Creeper. Super Kombination, um zurückzufinden. Na, ich bin in diesem komischen, großen Raum. Ach so, ja, warte, ich komme. Ich erscheine. Genau. Ah, da bist du, hi. Tag. Welches Level bist du eigentlich? 20. Hm. Creeper. Ah, nee, Zombie. Lol. Zombie Creeper. Nee, nur Creeper. Ja, da bist du ausweiten wie Zombie. Äh, wegen Creeper. Ach, da unten? Oh. Ist weit gelaufen. So, nochmal kurz. Ich hab nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Du bist welches? 20. Jo. Läuft, wir truen. Ähm, beenden. Echt? Alter Schwede. So schnell geht das, Leute. Äh, ich bin dran, ne? Jo. Ja, Momentchen. Zack. So. Äh, Moment. Weiß dich. Ja. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die 100 dritte Folge. Genau. Ja, ähm, wenn ihr findet, dass das so gut ist, dass man nicht mehr am Stück aufnimmt, sondern so wie wir jetzt jetzt machen, dann, äh, Daumen hoch. Wenn nicht, dann trotzdem Daumen hoch. Äh, ja. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen, ähm, also, bis dann, ja, äh, tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020